Das war's für heute. Immer bei 24, gell? Ich schwöre. Komm doch jetzt, Treffel. Da, wo nichts kommt. Oh, das ist doch gerade 300 Euro, echt. Sonne. Hey. Da, wo er noch kein Paar? Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Du bist ja immer geliebt. Du bist ja immer geliebt. Ich habe es geliebt. Du hast es geliebt. Das ist das. Zwei mal Sonne einfach heute. Guck wie treffe ich jetzt. Komm schon noch einmal diese Scheiße. Jetzt teufel ich schwer. Jetzt hat er zu oft schon diese Dinge gegeben, jetzt kommt teufel ich schwer. Komm noch einmal. Das ist so eine. Nimm. Jetzt 100 Euro nimm. Oh nein. Guck mal wann sie jetzt kommen. Jetzt komm schon. Kann ich 100 Euro gleich vergessen? Nein, das fängt zu gut an. Komm schon einmal. Nur noch einmal. Nimm wieder mal so 65 Euro an. Komm schon einmal. Komm schon einmal. Nur noch einmal. Oh. 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 Ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht sehen. Es steht da, ich weiß nicht, ich kann es nicht sehen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Stopf doch einmal, Mann. Jetzt einmal die Sonne, Mann. Du hast kurz Geld gebadet. 140. Wenn du jetzt noch einmal Münze kriegst, ist das 100 Euro direkt. Oder 10 AGs, glaube ich. Nimm mal an, 100. 140, Mann. Falsche, gell? Ne. Die Münze, was kommt? 100 Euro direkt. Ja, 10 AGs, oder? 10 AGs oder 100 Euro, glaube ich. Ja, 10 AGs, gell? 10 AGs, gell? Ja, bei einem 100. Dann fangen die an, jetzt, gell? Ja, ja. Und dir gibt es 80, sag ich. Bra, oder? Nimm das dann auch und dann hast du sozusagen 240. Ohne das gleich Teufel machen. Oh, mein Herz. Boah. Jetzt sind direkt an 100. Nicht eigentlich? Nein, nein. Nimm 100. Glaub mir. Einmal sag mal so. Komm, jetzt hat er schon 200 Euro so bezahlt. Ich will nimm 440 an. Ja, halt, oder? Und den Teufel. Nimm an, nimm an. Nimm an. Wieder 100, ey. Wow. Nimm 100. Ey, jetzt wird ein krankes Video, gell? Schon 5 Minuten, jetzt wird nicht hier hochgeladen. Guck mal da hinten auf 400, wir kommen hier wieder auf fast 500. Sieben, dann bitte. Einen verkackt, gell? Jawoll. Komm schon, doch mal 7. Doch, weil du es gibt, ja. Ah, dann. Ey, für was hat er 7 gegeben, Mann? Oha. Das sind die 140 an. Na ja, nimm die Anrede. Nein! Aber guck mal, der hat schon der Vorsicht zu gut bezahlt. Hättest du angenommen. Ich dachte, vielleicht darf... Jetzt geht's doch los hier. Komm schon, ich will dich mit die Sonne sehen. Die Sonne. Wenn du einmal wieder auf 6 weißt, wer gut mal in der Karte. Okay. Er lässt dich weg, hör. Allzu gesund, das hätte ich auch genommen. Ist auch schon zu weit oben, ja? So, krat. Das ist krank. Nimm. Jetzt kannst du bis an den Stab. 140. Richtig, doch einer. Nein, nein, mach nicht. Hä? Mach nicht, Mann. Ehe? Kann ich einmal drücken? Was bringt das? Nimm und teil. Guck, du kannst. Guck mal, wie gut du bist. Jetzt kannst du auf den Teufel jetzt kommen, oder? Okay. Komm, ein kleines Wert zu Cut. Kannst du jetzt schon? 34, ich weiß nicht. 38. Jetzt mach einmal Karte, komm. Schönes Video. Du wolltest doch zuerst schwarz machen. Ne? 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 100 Euro wieder. 140. Aber hab ich nicht 100? Nein. Noch einmal. Aber nimm. Guck mal, du hast. Ja, ja. Jetzt kommt Teufel wirklich. Okay. Ja, Mann, guck. Ich will einmal noch Karte drücken, ja? Ja, Mann, ich mach bis einmal noch Karte drücken. Ich wär auch verdient. Das wird sonst zu lang. Guck mal, wie schnell das geht, Alter. Das ist unglaublich. Ach, normal, gell? Ich hab schon Teufel gehabt. Oh, da, 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 da. Ey, das ist so echt schwierig, ja. Jetzt noch eine, bitte. Drei Minuten einfach. Guck mal. 150 Euro, ey. Das war's, ey. Ohne Mann. Echt? Ja, 100 Euro. Nimm jetzt. Echt? Ja, ohne Witz, nein. Ohne Scheiß, ne, Mann. Teil oder nimm den Ganzen. Nimm den Ganzen? Ja, nimm den Ganzen. Das Geld wurde, was ihr geschluckt habt, ich schwirr. Das greed ist so. Ich schwirr. Ich lieb. Das Geld lässt. Ich persönlich, das Geld macht. Das Geld hat. Das Geld ist so, ich habe gesagt. Ich habe es in der Liebe, Ich habe, ich habe gesagt, dass das Geld ist. Und ich habe es nicht zu tun. Ich habe mir gesagt, dass das Geld machen. Untertitelung des ZDF, 2020